So, wir haben zehn Fußball-Fakten vorbereitet für Thomas Müller, zu denen wir ungemein humorvolle Aussagen von ihm erwarten. Damit ist die ganze Geschichte zum Scheitern verurteilt. Aber wir versuchen es mal. Aber die Fakten, die stimmen auch. Also deswegen sind es Fakten? Ich gehe davon aus, wir machen den Faktencheck. Klaus Augenthaler bekam bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 ein Einzelzimmer, weil er ein starker Raucher war. Was machen wir mit der Information? Ja, ich würde sagen, Weltmeister ist er geworden. Es geht in die falsche Richtung. Also, er hat das Ding, er hat gespielt, das geraucht hat. Da hat es auch bei den Zweikämpfen manchmal geraucht.